Was gedacht meine Freunde, wir testen heute das Aquarius von Rupro. Rupro Fireworks hat diese Raketen hergestellt und ja, Aquarius Rockets nennt sich dieses Set. Und ich bin sehr gespannt, was die so drauf haben. Das sind nämlich neue Raketen, mit einem schönen Design eigentlich. Fällt mir ganz gut. Und ja, bauen wir die mal kurz auf, sehen wir uns vielleicht wieder. Also jetzt erstmal die ganz kleinen, die da ganz unten drin waren. Viel Spaß. Mal gucken, was die so könnten. Die landen doch schon mal ganz geil eigentlich. So, die mittleren, genau, mach davon mal zwei. Machen von jeder zwei würde ich sagen. Ja. Johann. Mehr als geil. Was? Was kommt denn aus den Dingern raus? Vor allem das Crackling war richtig Premium finde ich. Welche Mark ist das? Rupro Fireworks. Rupro Fireworks. Die kaufen ja auch. Dann gab es zwei Tosch zu bestellen. Ich weiß nicht wie viel das kostet, 15 Euro oder so. Und jetzt die Großen. Wenn die jetzt Schüttereffekt haben, dann würde ich brechen. Ich denke, die werden auch ganz gut sein. Ich glaube auch. Oh mein Gott. Ich bin gekommen, Alter. Richtig Premium, Mann. Wir lassen die anderen beiden auch noch machen. Ja, machen wir noch. Die Großen, Alter. Die sind richtig nah. Dann mach doch eine große, eine mittlere noch. Die sind echt geil, muss man sagen. Habt ihr die Feuer auch noch nie zuvor irgendwo in einem Video oder so gesehen. Oh, da ist aus Versehen die Kappe kaputt. Oh, das ist nicht so schlimm. Keine schöne Bombe. Dann kann. Beide richtig geil. Also auf jeden Fall. Klarer Kaufempfehlung des Rupro Raketensets. Sehen wir uns im nächsten Video. Tschau. Noch einmal noch mal. Zange geht's jetzt на Ben. OK. Also auf jeden Fall.